Und du hast beschlossen, acht Jahre Frieden zu wagen. Was? Beschlossen? Das hast du, das hat der Emil, das habt ihr mir aufgezwungen. Werden die denn Verständnis haben? Für unsere Art? Und für mein Wesen? Aber natürlich wohlverdient. Wir würden von den schlimmen Verfolgungen, die ihr haben erleiden müssen in eurem Leben. Ah, ich wusste jetzt, Cordoba und Sevilla, die lassen sich kaputt, wenn wir uns selber in den Haaren haben, das muss ein Ende haben. Welche Summe hat das Blieb gedacht? Nun, ich wollte deine Meinung, Junge. Es ist ein guter Vorsatz, Herr König, wenn du Doña Raquel der Kirche gewinnen willst, aber so leichten Kaufes, kommst du mir nicht davon. Ich wünsche keine Staatsgeschäfte in der Guyana zu besprechen. Ich wünsche keine Staatsgeschäfte mit ihr zu besprechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017